Yo Leute! Was geht? Hedikos ist hier. Ähm, ich werde ein neues Projekt starten. Ich bin hier grad noch in Game Mode. Das würde wirklich, wirklich geil werden. Es lohnt sich für euch hier zu abonnieren. Es lohnt sich wirklich. Weil es wird in den nächsten Tagen ein Projekt... Äh, also so ein Zombies vs. Menschen spielen, Leute. Und da... Ja, das wird wirklich cool werden. Und das wird auch spannend werden. Das verspreche ich euch, Leute. Also alle, die euch jetzt eingeschaltet haben und noch nicht abonniert haben, gleich haben dann abonniert auf die Redaktion. Und liken auch auf die Redaktion, Leute. Weil dann morgen, äh, morgen oder übermorgen oder also in der nächsten Woche, Leute. Auf jeden Fall kommt das neue Projekt. Und da wird es noch wirklich spannend. Also, ihr stellt euch das jetzt wahrscheinlich schlecht hervor, als es dies sein wird. Also Leute, ich werde euch begeistern. Okay Leute, das verspreche ich euch. Aber okay Leute. Dann ist ich halt gespannt auf das nächste Video darüber. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020